Die Weihnachtsmaus. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar sogar für die Gelehrten, denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen und mit Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage. Doch plötzlich aus dem Loch heraus kriecht sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Festgebäck das Muttergut verborgen, mit einmal die Hälfte weg, am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rund heraus, ich habe es nicht genommen. Das war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan von Peter. Was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Wie die Geschichte von der Weihnachtsmaus ausgeht, das sollte jeder einmal selber nachlesen. Es ist nicht nur wegen der Stelle mit dem Marzipan mein absolutes Lieblingsgedicht an Weihnachten, auch weil es so fröhlich ist. Jetzt mag man als Christ fragen, was hat das eigentlich mit der Frohen Botschaft zu tun? Vielleicht nicht so viel auf den ersten Blick. Aber dass Weihnachten ein Fest ist, das Menschen froh macht, die gar nicht verstanden haben, welche Botschaft hinter diesem Weihnachtsfest steckt, sollte Christen eigentlich ermutigen, genau darüber öfters und fröhlich zu reden. So wie man eben die Geschichte von der Weihnachtsmaus sehr fröhlich lesen und erzählen kann. In diesem Sinne wünsche ich eine nicht nur besinnliche, sondern fröhliche Adventszeit.